Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie man Silvaro in Terror Raid spielen kann. Nein, nicht dich Juju, sondern ich möchte euch Silvaro vorstellen. Und ich habe mir zwei Sets rausgesucht, die man beide spielen kann. Hängt davon ab, wie ihr ein bisschen Bock habt, ja. Fangen wir mal an. Also natürlich Level 100 sollte Silvaro sein. Wir spielen Terror Typ Pflanze, weil wir wollen noch als Pflanzenangreifer spielen. Man könnte noch als Geistangreifer spielen, aber ganz ehrlich, Geist finde ich Epitaph eigentlich physisch besser und speziell finde ich Zoroak eigentlich besser. Deswegen würde ich eher ihn als Pflanze spielen. Wir haben nicht so extrem viele gute Pflanzen-Pokémon, deswegen würde ich ihn so nehmen. Item würde ich auch eigentlich wundersatt benutzen, weil es erhöht die Attacken von Typ Pflanze um 20%. Man könnte auch Expertengutsch spielen, hat den gleichen Effekt, halt nur auf alle Typen. Wenn ihr ein Problem mit Heilungen habt, könnt ihr auch Muschelglocke spielen, obwohl ich glaube, dass beide Sets eine Heilung, also eine Heal-Alternative im Set haben. Deswegen würde es nicht unbedingt spielen. So, fangen wir mal an, Leute. Set Nummer 1. Was ich sehr oft lese, deswegen nehme ich es mit rein, ist Ränkeschmied, Synthese, Sonnentag, Solarstrahl. Das Set würde man so gesehen so spielen, dass ihr Ränkeschmied spielt, um euren Spezialangriff zu maximieren. Ihr spielt Sonnentag, dass ihr im Prinzip Solarstrahl direkt einsetzen könnt, ohne eine Runde zu aktivieren. Das heißt, man würde diese eine Runde Warten rausnehmen, wegen Sonnentag. Und Synthese wäre im Prinzip in diesem Setup unsere Heilung, weil wenn ein, ich rede auch, hängt vom Wetter ab, also ist Sonnentag aktiv als Synthese und ist wirklich sehr gut. Das heißt, das Set würde daraus bestehen, dass Sonnentag auf dem Feld sein muss und wir dann so gesehen Solarstrahl durchhauen können und währenddessen uns mit Synthese heilen und mit Ränkeschmied vorher aufgepusht haben. Das wäre im Prinzip Set Nummer 1. Fähigkeit würde ich bei beiden Notdünger spielen, weil die Fähigkeit Notdünger ist, wenn ihr im Prinzip unter ein Drittel Leben kommt, das heißt unter 33%, werden eure Pflanzenattacken stärker. Wie oft kennt man es in Raids, dass man kurz vor Down ist und finde ich besser als die versteckte Fähigkeit. Das wäre im Prinzip diese hier, Langstrecke. Das Pokémon kann alle seine Attacken einsetzen, ohne das Ziel dabei zu berühren. Das hat im Prinzip den Effekt, es gibt Pokémon, die haben die Fähigkeit, wenn man sie beispielsweise trifft, physisch, dass man dann beide vergiftet wird. Und wenn man die Fähigkeit Langstrecke hätte, würde das nicht eintreffen. Aber ich finde halt, Notdünger ist in viel mehr Raids sinnvoll, weil man hat oft das Problem, dass man mal unter ein Drittel Leben kommt. Deswegen würde ich Notdünger spielen. E-Vs, Spezialangriff und KP. Ganz, ganz wichtig in beiden Sets, aber wir spielen als speziellen Langreifer. Das Wesen seht ihr noch, habe ich bei mir ein bisschen hier noch falsch. Das Wesen solltet ihr auf mäßig spielen. Zeige ich euch gleich nochmal, dass man auch den Unterschied sieht. Ich würde also das Wesen auf mäßig, dass wir unseren Spezialangriff noch weiter pushen. So, das zweite Set, Leute, was ich persönlich ein bisschen besser finde, ist dieses Set hier. Das heißt, wir würden spielen mit Grasfeld, Gigasauger, Flora-Statue und Ränkeschmied. Was wäre denn der Gedanke, das hetzt? Also, wir spielen Ränkeschmied, um unseren Spezialangriff auch auf maximal zu bekommen, also dreimal Ränkeschmied. Wir spielen Grasfeld. Das kann man überlegen, ob man am Anfang des Kampfes spielt oder ihr spielt danach. Das ist so ein bisschen eure Sache. Gigasauger erstens zum Terra-Kristallisieren zu kommen, aber zweitens, um uns zu heilen. Durch Grasfeld wird ja Gigasauger ein bisschen stärker und plus Wundersaat. Das Item, was wir tragen, macht der Gigasauger noch mehr mehr Damage. Also, und sobald wir Terra-Kristallisiert sind, dann mit Flora-Statue so gesehen den finalen Schlag einsetzen. Weil Flora-Statue hat den Effekt, dass es halt mal normal eine Runde aussetzen muss. Das ist ein bisschen doof. Aber wir haben eine 150er Base-Damage, was ein ultra starker Angriff ist. Und wenn wir natürlich dann rechnen, wir haben noch Grasfeld drauf und wir haben auch noch unsere Wundersaat, was auf jeden Fall die Attacke noch verbessert. In dem Fall ja auch machen wir richtig, richtig guten Schaden und würden mit unserer Erhöhung den Gegner dann komplett platt machen. Das wäre im Endeffekt die zweite Strategie. Finde ich einen Ticken besser. Aber ihr könnt auch ein bisschen kombinieren. Also, ihr könnt auch Gigasauger zum Beispiel hier oben statt Synthese spielen. Man muss ja keinen Synthese statt spielen. Das wäre halt eine Option. Also, man kann auch die beiden Sets ein bisschen mischen. Aber das wären mal so zwei Sachen, die ich so als Idee hatte, wie man das spielen könnte. Und beide Sets spielen wir eigentlich gleich. Das heißt, ihr könnt auch ein bisschen selber variieren, weil ihr bereitet eins vor und habt so gesehen beide ready. Also, man kann ja Tacken ja hin und her switchen. So, dann würde ich sagen, ich gehe nochmal ganz kurz in den Kampf. Zeige euch gleich, wie ich mein Silvaro spiele. Wie gesagt, ich mache nochmal ganz kurz hier das Wesen auf mäßig. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Das macht nochmal richtig viel rausholen. Nehmt einfach hier so eine mäßig Minze und haut die im Endeffekt drauf. So, zack. Und dann packen wir die hier mit rein. So, Leute, ich habe hier eine Fünf-Sterne-Heresei-Gier-Stein-Raid. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Eins aber vorher, Leute, man kann nicht jeden Terra-Raid gleich spielen. Das hatten wir schon ein paar Videos. Es gibt Raids, da kann man zum Beispiel kaum Ränkeschmied spielen, weil man alle paar Routen seine Werte resettet bekommt. Und was zwar unnütz dann für euch ist, dann Ränkeschmied zu spielen. Weil im Endeffekt ja sobald ihr Terra-Kristallisiert, im Endeffekt, äh, sobald ihr halt die Werte resettet bekommt, dass er wieder weg ist, ja. Heißt, wäre ziemlich unnötig. Müssen wir gucken, wie der jetzt hier spielen lässt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe ihn nicht vorher getestet. Normalerweise würde ich jetzt hingehen und würde normalerweise eigentlich sagen, wir starten erstmal mit Ränkeschmied. Ja. So, zack. Wir packen ein bisschen was raus. Mal gucken, wie viel Damage er gegen uns macht. Erstmal schön unseren Spezialangriff pushen. Er macht Ramboss. Geht. Können wir mit Schaden mit leben. Weißt, wir gehen jetzt weiter auf Ränkeschmied. Wenn er keinen Attack hat, hat, die mehr Damage macht als Ramboss, kommen wir dann mit ein paar Routen zurecht. Bezusagen sechs Angriffe und wir werden down. Außer er macht halt einen Volltreffer. Aber ihr seht, kein Problem. Das heißt so, wir sind auch schneller als er. Wir greifen noch schön zuerst an. Das heißt, wir haben jetzt dreimal, ähm, haben wir jetzt im Endeffekt Ränkeschmied raus. Dann macht wieder Ramboss. So, jetzt würde ich normalerweise... Oh, er macht Regentanz. Okay. Ähm, kann er ruhig machen, wenn er Wasser... Wenn er... Nein, nicht reingeschmied. Wir wollen jetzt Grasfeld spielen. So. Jetzt wollen wir unseren Angriff noch ein bisschen pushen. So, wenn er jetzt nicht Terra kristallisiert, würde ich zum Beispiel hingehen und würde jetzt schon sofort Flora-Statue machen. Das ist ein Fünf-Sterne-Raid. Würde ich sagen, hey, das kann man eigentlich schaffen. Ähm, wir bekommen jetzt ein bisschen Heilung rein. So, zack. Und wir würden jetzt mit Flora-Statue angreifen. So, schauen wir mal. Trifft. Zack. Und ihr seht, fast down. Fast haben wir es geschafft. Hat nicht mehr viel gefehlt. So. Jetzt müssen wir zwar eine Runde... Jetzt müssen wir zwar eine Runde aussetzen, aber ist jetzt nicht schlimm. Schaffen wir auch. Er Terra-Kristall... Also, er macht jetzt sein Schild. Normalerweise, wenn ihr sagen würdet, hey, der hat schon bereits Terra-Kristallisiert, dann hätte ich dreimal Gigasauger eingesetzt und hätte dann Terra-Kristallisiert. Ähm, erst angefangen mit Flora-Statue. Aber ihr habt es ja gerade gesehen, das war relativ entspannt. Ähm, und war ja knapp. Muss man sagen, ja. Hätten unsere Teammates dann auch mehr gemacht. So, jetzt hat er eh unsere Werte resettet. Jetzt ist vollkommen egal. So, ich würde jetzt hingehen, wir müssen jetzt eine Runde aussetzen. So, er macht jetzt Ramboss. Ja, ist okay. Zack. Hier kann man relativ gut mit dem Leben ein bisschen spielen. So, wenn wir jetzt angreifen dürfen, natürlich jetzt gehen wir auf... Könnten wir sagen, wir gehen jetzt nochmal auf Flora-Statue oder Gigasauger. Ich glaube, beides müsste ihn wahrscheinlich besiegen. Ja. Oder er ist down. Ich glaube, ja. Oder? Ist er down? Ne, oh, er hat doch überlebt, okay. Ja, hätte man noch vielleicht. Aber, wie gesagt, bei so wenig Leben ist es fast egal, wo wir sagen, jetzt ist er down. Also, das wäre Prinzip Taktik 1. Einfach hingehen, wenn ihr Heilung braucht, Gigasauger, sonst halt Flora-Statue für den maximalen Damage zu nutzen. Und ich würde sagen, gucken wir uns nochmal ganz kurz nochmal die zweite Taktik an und dann, ja. Oh, wir haben sogar ein Gewürz bekommen. Nice. So, Leute. Jetzt habe ich ein 5-Sterne-Wasser-Draguran. Mal gucken, ob das genauso gut läuft. Ich nutze jetzt mal das Solarstrahl-Set mit Sonnentag. Also die zweite Variante, die ich euch vorgestellt habe. Und schauen wir mal. Also, wie gesagt, ich finde die erste angenehmer. Besonders gerade auch wegen Grasfell, Gigasauger, Notdünger. Halt eine super gute Kombo. Ich sage mal, man könnte dem Set ja auch Gigasauger spielen. So ist es jetzt ja nicht, wie ja schon gesagt. Aber trotzdem, irgendwie mag ich das mit Flora-Statue ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, dass jedem sein eigenes Ding. So, gucken wir mal, wie es sich gegen Wasser-Draguran-Spielnetze. Normalerweise würde ja, wenn wir jetzt hingehen und würde sagen, auch hier erst mal Renke-Schmied, um uns ein bisschen zu pushen. Wir müssen mal gucken, wie viel Schaden wirklich Draguran machen kann. Das sehen wir jetzt gleich. Mit Aero-Ass. Ja, er macht schon ein bisschen Damage. Ich würde nämlich jetzt hingehen und würde jetzt schon mal Sonnentag spielen. Falls wir nämlich eine Synthese brauchen, ähm, wäre mir das lieber. Ja, weil ihr seht, Damage-mäßig, man macht jetzt der Drachenstoß. Gut, wenn der Drachenstoß macht, ist nicht so schlimm. Das passiert uns nicht. Das heißt, wir können jetzt mal eine Runde Renke-Schmied spielen. Wir greifen ja auch vor ihm an, was sehr gut ist. So können wir schauen, falls wir, ähm, Heilung brauchen. Na, jetzt könnte es eventuell... Er macht Bodyguard, okay. Ähm, ich würde noch mal einmal Renke-Schmied-Prinzip spielen. Gucken wir, ob wir jetzt Glück haben. Oder bei Aero-Ass jetzt einsetzt, weil der Aero-Ass könnte ein bisschen, wollte gerade sagen. Ja, okay, es geht aber noch. Es geht. So, jetzt sind wir aber so, dass wir nächste Runde wahrscheinlich sterben würden. Das heißt, jetzt spielen wir erstmal eine Runde Synthese, ähm, weil wir brauchen Heilung. Das heißt, durch Sonnentag ist die Heilung jetzt eigentlich recht gut. Ihr seht, wir kommen von 81 Kp auf 321, also wir kommen recht hoch. So, zack, jetzt sind wir bei 260, das reicht. So, er hat Teil unseres Orbs gestohlen, ist okay. Und jetzt können wir im Endeffekt mit Solarstrahl angreifen. Und dadurch, dass wir ja Sonnentag draußen haben, müssten wir jetzt einfach direkt sofort angreifen können. Ihr seht, so, zack, da kommt Solarstrahl und es war einfach ein One-Hit. Gut. Ja. Beide Sets sind ganz geil. Das hat echt doch relativ gut gespielt, muss ich sagen. Ich habe beides mal gesehen, ja. Ihr könnt ja im Prinzip bei euch, ähm, überlegen, was ihr besser findet. Man, das hat sich echt ganz gut gespielt, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen überrascht. Ähm, naja gut. Wie gesagt, ihr habt beides gesehen, Leute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr besser finden würdet, das Solarstrahl-Set oder das nicht mit Solarstrahlen. Ähm, ja, ganz überzeugend. So, also, euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dann und ciao.